Hey Leute, mein Name ist EpicStun und mit dabei ist heute Kata. Hallo! Und schau mal Kata, wir machen heute ein super 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 cooles Bau-Battle. Wir werden nämlich ein 1-Dollar-Kino und ein 1-Millionen-Dollar-Kino bauen. Wir haben hier unseren Dispenser mit dem 1-Millionen-Kino und hier mit dem 1-Dollar-Kino. Und Kata, du kannst sehr gerne hier auf den Knopf drücken. Und ich baue Noob! Das Noob-Kino bzw. das Kino für 1 Dollar. Und ich baue hier das 1-Millionen-Dollar-Kino. Okay, ich bin sehr gespannt, Kata, wie dein 1-Dollar-Kino aussehen wird. Und ich habe hier ein bisschen Unterstützung von einem Bro-Bilder. Hallöchen! Okay, das bedeutet, der Bro-Bilder und ich, wir werden hier das 1-Millionen-Dollar-Kino bauen. Und du, Kata, wirst hier drüben auf deiner Seite ganz alleine das 1-Dollar-Kino bauen. Tschüss mit euch! Tschüss! Okay, ich bin sehr gespannt, Kata, wie dein Kino aussehen wird. Okay, unser 1-Millionen-Dollar-Kino muss auf jeden Fall super, super, super cool aussehen. Wir machen hier schon mal den Grundriss. Würde auch relativ viel mit Glas bauen hier insgesamt. Moment mal, wir nehmen hier das Quarz als Säulen. So insgesamt. Dann bauen wir das so und so. Ja, 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 da kommt hier die nächste Säule hin. Okay, es darf nicht zu groß und nicht zu klein werden. Und ich würde sagen, wir machen hier vorne erstmal den Eingangsbereich hin. Bei unserem 1-Millionen-Dollar-Kino gibt es natürlich hier vorne eine riesengroße Auswahl an Popcorn und Getränken. Und dann geht es eine Treppe nach unten zu unserem richtig, richtig, richtig doll coolen Kinosaal. Ich bin super, super, super doll gespannt. Okay, wir dürfen nicht zu klein bauen, aber auch nicht zu groß. Aber unser 1-Millionen-Dollar-Kino wird richtig doll schön aussehen. Okay, dann würde ich sagen, man kommt hier vorne rein, hat man hier vielleicht ein paar Sitzgelegenheiten. Und ab hier vorne hätte man dann die Kasse bzw. die Getränke zu kaufen. Und hier würde ich sagen, geht es dann nach unten mit einer kleinen Treppe in unseren Kinosaal. Das wird super, super, super doll cool. Okay, der Kinosaal wird natürlich relativ groß. Wir brauchen eine große Leinwand. Wir brauchen auch richtig doll bequeme Stühle. Und natürlich auch einen riesen, riesen doll großen Beamer. Und Kater, wie wird dein 1-Dollar-Kino aussehen? Ah, das weiß ich noch nicht so ganz. Also, ich habe jetzt auch schon mal so einen Eingang. Obwohl, Eingang habe ich eigentlich noch gar nicht. Ja, ich mache jetzt erst mal das Grobe und dann gucke ich mal, wie groß das wird. Okay, ich bin sehr doll gespannt. Okay, dann kann ich hier auf jeden Fall ein paar Poster hinhängen mit den Filmen, die hier im Kino laufen. So, zack, zack, zack. Oh, das sieht sehr doll schön aus. Dann kommt hier noch ein Poster hin. Ja, das gefällt mir sehr gut. Da kann man sich hier immer aussuchen, in welchen Film man gehen möchte. Dann mache ich hier auf jeden Fall einen Holzfußboden hin. So insgesamt. Hier kommt dann die Kasse hin und natürlich noch alle Getränke mit Popcorn. Und vielleicht sogar noch Eis. Ja, ja, das ist auf jeden Fall eine sehr doll gute Idee. Okay, der Brow Builder vergrößert hier auf jeden Fall unser Kino noch ein bisschen. Okay, ich bin sehr doll gespannt. So, hier kommen dann auf jeden Fall die Kassen hin. Okay, dann würde ich auf jeden Fall hier schon mal die Getränke hin platzieren. Ganz genau so. Hier vorne vielleicht noch ein paar Getränke hin. Das passt sehr gut. Dann hat mir noch Eis. Das würde ich hier direkt nebendran platzieren. Und hier kommt noch ein kleiner Tischchen insgesamt. Das kommt hier oben drauf. Oh, sehr gut. Okay, dann kann man sich hier auf jeden Fall an der Kasse beim Kino Getränke holen, Eis holen, ein Slush-Getränk. Und im Kühlschrank gibt es noch mehr Süßigkeiten. Das passt sehr gut. Okay, okay. Oh, hier vorne hat der Brow Builder auf jeden Fall den Eingangsbereich schon ein bisschen umgebaut. Das Kino wurde auch ein bisschen größer gebaut. Dann würde ich sagen, die Treppe nach unten verlagern wir vielleicht hier so hin. Ja, ja, das passt sehr gut. Okay, dann werde ich jetzt auf jeden Fall hier die Treppe nach unten in unserem Kinosaal bauen. Okay, so sieht unser 1-Million-Dollar-Kino bis jetzt auf jeden Fall aus. Der Brow Builder macht hier gerade noch die Wände. Das gefällt mir super, 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 super doll gut. Okay, dann geht es hier auf jeden Fall nach unten. Den Eingangsbereich müssen wir natürlich noch ein bisschen schöner machen. Vor allen Dingen hier die Wände. Da können wir auch überall noch Lampen platzieren. Das gefällt mir sehr gut. Okay, hier geht es auf jeden Fall mit der Treppe nach unten. Dann würde ich hier eine Art kleinen Flur bauen, der hier vorne in die Richtung geht. Und dann gibt es hier auf der Seite die Eingänge zu den verschiedenen Kinosälen. Ja, das glaube ich sehr gut. Ich glaube, ich mache den Flur drei breit. Ja, ja, drei breit und drei hoch. Ja, das gefällt mir sehr gut. Da geht man hier noch ein bisschen in die Richtung. Vielleicht ganz genau bis hier vorne hin. Und hier würde es dann den ersten Eingang geben zum ersten Kinosaal. Natürlich geht der Flur noch ein bisschen weiter. Vielleicht bauen wir so zwei Kinosälen oder drei. Ja, ich glaube, das passt ganz gut. Und Katja, ist dein Kinosaal ober- oder unterirdisch? Ich habe doch gar keinen gebaut. Ja, ich bin gespannt. Ich weiß noch nicht. Aber ich denke, ich denke oben eigentlich. Nee, unten. Ich bin vor allen Dingen selber gespannt, wie groß dein Ein-Dollar-Kino näher sein wird. Ja, geht's. Und vor allen Dingen auch, wie es aussehen wird. Oh, oh. Okay. Ich mache hier jetzt auf jeden Fall die verschiedenen Sitzreihen. Man kommt hier in den ersten Kinosaal rein. Da werden hier natürlich sehr viele bequeme Sitze platziert. Ich glaube, ich mache das noch ein bisschen größer. Vielleicht bis hier so hin. Ja, das passt auf jeden Fall sehr gut. Dann mache ich hier vielleicht so fünf, sechs Sitzreihen. Und ganz hier vorne unten kommt dann die Leinwand hin. Okay. So sieht das jetzt auf jeden Fall der erste Kinosaal aus. Natürlich werden noch die gesamten Wände angepasst. Ich habe hier noch den Beamer. Den würde ich hier mittig platzieren. Der würde hier ungefähr hin kommen. Moment mal, aber in die andere Richtung. Ganz genau so. Ja, ja. Das gefällt mir sehr gut. Okay. Dann werde ich, glaube ich, das erst mal so bauen. Okay. Dann werde ich mir hier den Beamer. Der hier natürlich auf die Leinwand drauf strahlt. Die ganzen Wände muss ich noch anpassen. Die werde ich, glaube ich, alle schwarz bauen. Und da kommen hier überall natürlich noch Lampen hin. Das wird super, super doll schön aussehen. Okay. Das hier ist auf jeden Fall der erste Kinosaal. Die ganzen Flure hier werden auch schön gemacht. Schön mit rotem Teppich. Und hier vorne geht es dann weiter zu den nächsten beiden anderen Kinosälen. Da haben wir insgesamt drei Stück. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, die Größe sieht auch ganz gut aus. Okay. Dann werde ich auf jeden Fall hier die komplette Decke und die komplette Wand aus schwarzer Wolle bauen. Und dann noch schöne kleine Lampen an die Wände bauen. Das gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Dann würde ich, glaube ich, hier so die Lampen platzieren. Hier kommt noch eine hin. Ja, ja. Das gefällt mir sehr gut. Und vielleicht noch hier oben eine hin. So. Ja. Dann hätten wir hier auf jeden Fall ein paar Lampen. Hier kann man sich dann überall hinsetzen. Hier hätten wir die Leinwand. Ich glaube, ich werde hier auf die Seite auch noch ein paar Lampen bauen. Ganz genau so. Hier noch eine hin. Hier noch eine hin. Ja. Jetzt haben wir auf beiden Seiten hier die Lampen. Wie schön der erste Kinosaal hier aussieht. Vielleicht könnten wir noch ein bisschen mehr Details reinbauen. Aber das gefällt mir auf jeden Fall schon sehr gut. Dann werde ich als nächstes hier den Flur weiterbauen. Und noch die anderen beiden Kinoseelen. Okay. So sieht bis jetzt hier auf jeden Fall der Flur aus. Mit den verschiedenen Kinoseelen. Hier haben wir Kino 2. Und hier hinten haben wir Kino 3. Der Brow Builder macht die Kinoseele hier noch ein bisschen schöner. Ach, wie cool. Hier haben wir die Leinwand. Das gefällt mir sehr gut. Das werden wir in den anderen zwei Kinoseelen natürlich auch machen. Da gehe ich mal nach oben. Oh, er hat die Treppe richtig doll schön angepasst. Und hier das Kinogebäude gefällt mir auch schon super, 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 super doll gut. Ich werde hier auf jeden Fall den Fußboden noch ein bisschen anpassen. Ganz genau so. Ja, ja. Das gefällt mir sehr gut. Und das Kino gefällt mir von außen schon super, 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 super doll gut. Oh, wie nice. Okay. Dann geht es hier auf jeden Fall rein. Hier vorne haben wir die Kasse. Hier oben können wir auf jeden Fall noch ein paar mehr Details bauen. Und der Brow Builder verschönert hier unten jetzt die verschiedenen Kinoseele. Und so sieht unser eine Million Dollar Kino bis jetzt auf jeden Fall aus. Der Brow Builder macht hier gerade noch die letzten Teppiche. Von außen gefällt mir das super, super, super doll gut. Hier kommt man rein mit den zwei Kameras hier oben auf dem Dach. Hier haben wir den kompletten Einsbereich mit der Kasse, mit den zwei Anstelllinien. Dann haben wir hier überall noch ein paar Sitzgelegenheiten. Dann geht es hier nach unten zu den drei verschiedenen Kinoseelen. Da steht auch überall dran, welcher Film gerade läuft. Das gefällt mir sehr, sehr, sehr doll gut. Auch hier haben wir den Beamer mit der Leinwand und Kater. Ja, damit sind wir hier tatsächlich mit unserem eine Million Dollar Kino tipptopp doll fertig. Okay, Kater, dann kannst du sehr, sehr gerne rüberkommen und dir hier unser eine Million Dollar Kino anschauen. Jetzt komme ich mal rüber. Und Moment mal. Ja, ja, ja. Und stopp insgesamt. Du darfst dich umdrehen. Und? Oh, wie cool. Das ist unser eine Million Dollar Kino. Oh, das sieht richtig, richtig Gremium aus. Hier hat man einfach einen roten Teppich. Ja, ja, ja. Wie schön. Hier kannst du dir deine Tickets kaufen. Natürlich auch Getränke, Slush und alles mögliche im Kühlschrank. Ich kann hier im Batman gehen, ne? Okay, wenn du das Ticket gekauft hast, geht es hier weiter, Kater, runter zu den Kinoseelen. Oh, das sieht auch sehr schön aus. Du kannst hier einen Flur und hier kannst du aussuchen, in welchen Film du reingehen möchtest. Wie cool. Ihr habt ja mehrere Kinoseelen. Ja, ja, drei Stück im Gesamten. Oh, das sieht auf jeden Fall sehr krass aus. Oder hier vorne kannst du reingehen. Ich muss sagen, mir gefällt hier unser eine Million Dollar Kino. Ja, als Gebäude auch richtig, richtig doll gut. Das sieht so schön aus. Ja, mein Gebäude sieht auch schön aus. Ich komme rüber auf deine Seite, Kater. Und kann ich mich umdrehen? Ja, warte. So, ja, okay, kannst du dich umdrehen. Und, oh, was haben wir denn hier? Ein Kino. Was ist denn da los? Haben wir hier Stinkewasser tatsächlich? Okay, hier ist der Eisbereich. Hier haben wir Stinkewasser. Hier haben wir die Kasse. Dann kann man hier reingehen. Okay, hier ist sehr viel Erde. Gibt es hier Tomatensuppe zum Essen im Kino? Ja. Und Moment mal, ist das die Leinwand hier? Ja, das war's. Man kann sich hier auf die Treppe setzen und runter her schauen. Ja. Das ist ein ein-Dollar-Kino. Hier kann man sich noch hinsetzen. Was ist denn da los? Und Mikrowellen gibt es hier auch. Nicht so groß von innen, muss ich sagen. Man kann auch komischerweise einfach von oben schauen. Das stimmt. Man muss sich nicht mal ein Ticket kaufen, um hier schauen zu können. Und die Leinwand, wie sieht die denn aus? Oh, Kater. Okay. Aber ich muss sagen, dass das das ein-Dollar-Kino ist. Von außen sieht es auf jeden Fall schon sehr, sehr doll modern aus. Von außen ist es ganz hübsch. Wie lustig das hier ist insgesamt. Von innen eher nicht so. Das stimmt. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Ein-Dollar-Kino. Und hier drüben unser Ein-Millionen-Dollar-Kino. So, Leute. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Kater vorbei. Und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.